ja hier leute hallo und herzlich willkommen hier zu Pellifield 4 ich bin wieder Markus von LappenGamerTV ja wir spielen heute Final Stand Hunker 21 die Map und ja das erste mal dass wir hier zusammen spielen das neue Final Stand neue DLC auf jeden Fall es gefällt mir erstmal ziemlich gut das ist mein Lieblings Map das leckt wieder man ich wollte jetzt mal bis es nicht mehr leckt gut leider bin mir nicht sicher das gefällt mir ziemlich gut das ist mein Lieblings Map Hangar 21 ja Alter Final Stand gefällt mir ziemlich gut Drohne oder ich bin etwas krank vielleicht hört ihr es ja tut mir auf jeden Fall leid ich bin mit der AK 12 weil es eigentlich eine gute Waffe ist ist auch zum Beispiel eine neue Waffe so eine Shotgun dann kannst du ja auch damit abballern jetzt kippt meine Uhr kann ich jemanden treffen hier vielleicht mal dann könnt ihr auch in den Kommentar schreiben wie ihr das Final Stand findet wenn ihr welches hier spielt ob ihr Final Stand habt auf jeden Fall ist ein schönes TLC bis in Zukunft gefällt mir auch also mir gefällt es auf jeden Fall ok wow Oh leck, oh leck, oh leck. Okay, das ist in einer richtig geilen Position, der Typ. Er kann, so kannst du mich jetzt mal heim. Oh fuck, das wusste ich jetzt nicht, dass da immer zwei Leute auch kommen. Schade, auf jeden Fall schon mal drei Kills. Oh leck, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße? Alter, bitte. Leute, hier war ich noch nicht. Und der B war ich noch nicht, Leute. Sieht ziemlich nice aus. Oh, leck. Oh leck, hardcore leck. Oh mein Gott. Oh fuck. Ja, wie kommt man hier hoch, bitte? Hier war ich noch nie. Ah, okay. So ein, wahrscheinlich der Hangar, oder so. Also hier drin war ich schon, aber hier unten nicht. Und der B, war ich noch nicht. Ah. Flamme hoch. Hm. Den haben wir. What the fuck, 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 what the fuck. Scheiß Drohne, Alter. Oh, lol. Ja, ist klar. Oh, er weiß nicht, ich da bin, Alter. Na, scheiß Hacker, man. Jetzt bräuchte man einen Sniper. Ja, ich hab natürlich keine. Yes. Wir haben wieder gekriegt. Hehehe. Zoll, Alter. Ja, diese Dinger da, diese da, das sind so Dinger, die kann man dann benutzen und dann kann man da hinfliegen. Das werde ich gleich dann zeigen. Wird ziemlich nice. Muss man nicht laufen. Ich gehe da jetzt mal hoch, ne? Und die Feinde da mal aus dem Herzen, die da rumkammeln. Okay, hier sind keine. Okay. Okay. Let me pass you up. We now control objective Delta. We now control objective Delta. We have neutralized objective Bravo. Verbindete ihm? Okay. Take that arrow! I got the best kid over there! Check the mount first. It's been neutralized. What? Nein! Ja! Nein! Ein HP der Wichser und diese scheiß Schüsse wollten nicht! Oh Mann! Warum wollte der letzte Schuss nicht treffen? Warum hab ich dann einfach alle daneben geschossen, ey? Wieso? Wieso? Mann! Mann, Alter! Verlös! Mist! Verlös! 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 Perlös! Yo! Alter! Was ist denn das für ein Dock-Tick, Alter? Hm. Das ist gerade nicht so geil. Ich sterbe hier die ganze Zeit. Hm. Oh, jetzt werde ich hier eingefangt auf mein Handy. Ich kann euch das Ding jetzt nicht zeigen, weil wir haben ja 10 verloren. Oh, war ich schlecht. What the? No. Warte, warte, warte. Oh mein Gott. Ah, fuck. Wer mich sofort gesehen hat, der spaßt. Ah, wieder einer von mir vorbei gelaufen ist, der, wo ich am Boden lag. Sag ich bitte. Und der, der hinter mir stand und mich nicht gekillt hat. War echt schlecht. Der, wo es ist. Ich glaube, das ist noch nicht mehr. Da. Wir sehen uns schon wieder. Ich habe keine so lange One-Wage-Waffe. Yey, mit der Ship Porn-Ov-42 habe ich einen geholt. Heli. What the? Scheiß Sniper. Oh leck, leck, oh ne. Scheiße. Jo, geil. Ich habe ihn noch so geholt, aber... Gehen wir zu unserer Ship Porn-Ov-42? Ah, schade. Uh, Sniper. Wie ist der hinter mir? Boah, ich dachte schon, das ist ein Gegner. So, jetzt werde ich mal da hoch gehen, zu B. Und dann das Ding benutzen. Oh ne, ich werde erstmal die Punkte annehmen. Und dann werde ich. Kratz mit der Ship Porn auf Helis. Killen oder... Jets. Eigentlich alles. Außer Panzer. Ich gehe da wieder hoch. Sind hier irgendwelche Spasten, ja. Nein. Ne, da war keiner. Da oben. Da oben. oh man da war mit rpg und der wixer zum lack alter spg alter Kann man eigentlich da hoch kommen? Ich benutze einfach den Aufzug mal. Hätte den noch nie benutzt. Benutzt den jetzt einfach mal. Ja, man kommt hoch. Geil. Ja, komm, bitte dieser. Oh, man. Na, na, komm, du bist ja peki, du bist ja. alter oh mein gott so hatte denn ich geschossen hatte den waffe gewinnen musste genau bei mir dann einer familie damit wo ich nachlade ist doch geht man noch ist da keine mehr endlich mal wieder obwohl es auch mal langsam weil der zeit mal einen kill zu machen wahrscheinlich sterbe ich jetzt wieder wieder scheiß mörser Na klar, Alter. Der wird sich da endlich töten. Ich hab da eh nicht. Oh Mann! Das ist schlecht. Ich muss den Salven schießen, statt Dauerschuss. Ja, der Sniper hier unterwegs. Die Spasten. Naja, er snipen gern welche. Weil es ja hier so... Ich dachte schon. Gut, wir gewinnen das Ding. Auf jeden Fall Final Stand gefällt mir richtig gut, hab ich schon gesagt wahrscheinlich. Ich will wissen, ob ihr es euch gefällt, wenn ihr Battlefield 4 spielt Final Stand, wie es euch gefällt. Oh, ich hab ihn doch gesehen vorhin. Warum lade ich nach, ob ich den gesehen hab? Aber ich wär glaub ich sowieso down gewesen. Ja, das ist ein Typ da. Wie ist das? 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 Hä? Durch die Wand? Und da ist... Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? von drei schießen dauerung wahrscheinlich glaube ich so war das shotgun machen machen auf jeden fall ich würde sagen wie soll es nicht mal zu einer weiteren folge von benefit hier oben toller war derzeit us in general ist das beste spiel der welt wohlgemerkt nicht und ich sage dann bis denn und tschau